Stille es doch runter auf den Boden, du kannst dich auch mit hin hocken, dann kannst du es festhalten. Willst du mal probieren wie das schminkt oder wie? Das ist das Gras von der Wiese, das kannst du auch so zupfen. Wollen wir das denn schminkt? Ja, komm mal. Schmink! Ich glaube, weil der ja schon was mit seinem Futter hat und jetzt auch noch eine andere hat. Was macht denn jetzt? Ja, das kann sein. Kann man ja wieder wegmachen. Schöne Genie. Das ist alles! Was soll ich denn dann geben? Das war die nächste Folge von Hanna und Kollege. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Tschüss! Gell, der ärgert dich, Gina. Ärgert er dich? Frischst dir an deinem Netz rum. Alles dickes Mädchen, du bist doch eh dick genug, hm? Schöne. Was ist da? Walter? Didger auch collectorin. Schöne. Sog. Genau. Sorry. água. Was ist Bärchen? Bärchen, was ist los? Du kennst den doch. Was ist los? Beide zum. Beide zum. Beide zum. Kann ich das denn los machen? Bisschen rein. Bisschen? Sitz! Nicht Bisschen, ach Quatsch. Kaiser Wilhelm Bart. Timo. Komm, bring. Dann komm jemand. Fuego, wir müssen dich auch trainieren, dass du Stöckchen bringst. Oder? Nein, das kann es weiter aussehen. Ja. Da hat er schon mal Stöckchen in den Mund gemacht. Und dann hat er die Nika in den Stöckchen. Ja. So, ich würde sagen, es reicht. Mehr machen sie heute eh nichts mehr. Sag nochmal Tschüss. Tschüss. Und das war die nächste Folge von Hannah und Fuego. Tschüss.